... der Mercedes kollidiert eingeschlagen in der Weichenflugplatz über den großen Sprung, Anfahrt zur Arbeitskurve. Maxima, da ist wieder raus, das Markt heute ist auch da, da wird es noch runter, runter und strümmelt die Identikatschikane. Da fährt man über die Wiese vom Teilnehmerfeld. Jetzt sehen wir doch mal die Wiederholung vielleicht, was da passiert ist. Der Eifelwitz, das kann nicht wahr sein, auch den Eifelwitz weit überholen, und man flog, das bitte Eifelwitz. Und einen der wir klaren, und einen der wir klaren, einfach, ich will nicht sagen, wenn ich so, da bin ich jetzt nicht einfach, der Ome, der will, da bin ich so, hat gar keine Ahnung, gar keine Ahnung, und der Eifelwitz hat zurückblendet, sondern die Er und er hat geifert, sondern die Teile. Der wird jetzt in der Uwe Boxe reinschleppen, die Räder drehen sich noch alles gut, das kann man reparieren. Die 31 sieht man da deutlich, der K-Collection Mercedes SLU von Peter Schmidt mit dem Christian Bracker, ein Schmerzler, Horst Silbermeier, der sieht hier allerdings zerstört aus. Und wir sehen jetzt mal, wenn der Ferrari da auch mit Alexander Watschow ins Kieswerk da den Beinwurf macht. Aus welcher Position ist denn da der K-Collection Mercedes SLU gekommen? Er hat sich verbremst, vorher in die Karschikale, färfen diese und trifft die Stärkstürmer 12, er konnte gar nichts dafür. Der Mann war der Otto Kurs. Hört ihn hinten links auf das Rand und das ist das Ausführweideauto. Sie bleiben nicht bei den Porsche noch repariert, dass man weiterfahren kann. Aber der Ausführer war für mich der K-Collection Mercedes SLS, der vorn anbremst, der enthielte Aschikale, schon auf der Wiese war, von so groß, wie man da gar nichts dafür konnte, der gut einfach mal beiseite gewonnen hat. Ja, liebe Freunde, klasse. Sie haben noch 23, 28. Jörg Kelly, gewiss mitarbeitet. Ja, und ich sehe den nächsten BMW in weiß-grün steht. Das ist einer 235i und da müsste ich jetzt mal ganz schnell gucken, ob der zu erkennen ist. Das müsste das Auto von Merten, Akata und Schrei sein, die 313. Die müsste vielleicht da involviert gewesen sein, weil die handeln da mit, zusammen mit Schwedenkreuz ist das gerade. Und ihr seht jetzt 6 von Porsche, der sich zur Box schleppt. Jörg Müller im Gespräch mit Thomas, bitte, bitte runter in die Mark von Jenskopf. Ja, der lange Zweifel erfehlte, war gerade in der Box, allerdings unverantwortlich. Ja, der lange Zweifel erfehlte, war gerade in die Mark von Jenskopf. Und das sind ja da die Gedanken gerade, was ich gerade hier sitze, genauso weiter die Soße. Aber wir sind hier unten an die Karte und da ist es einfach so der Rechtskarte raus. Alle hier wirklich im Urfalle sehr disziplinieren und die da gerade ankommen. Und da haben wir auf der Fall getroffen, denn auf der Umfallstelle zurückliegt, wenn die Öl auf der Fahrer dann dort woher für den Nächsten ankommen war. Ja, das ist so, es ist die Fahrzeuge an, so gut verstellen, so extrem langsam unterwegs. Das ist ja die Redaktion, wo man gesagt hat, aber wir haben in der ersten Räume noch wird es doch mit Geld gezeigt. Da ist es natürlich zunächst einmal die Sicherheit der Strecke, muss etwas werden, weil das, dass wir nur die 60 kmh haben, und wir haben das, dass wir auch die Einladung des Hauli, die der Nachbar 3 von Magda Renk, Marcel Fester, von Kinderloh, ein Schraubensar, 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 damals in die Kapsel montiert wurde, und dann in über 13 km Höhe in die Stratosphäre gereistet. Die Stratosphäre ist es jetzt nicht in die Reisende, sondern es ist die grüne Hölle, die es jetzt gilt für ihn zu bezwingen. Felix Baumgartner wird dem Audi von der Audi Race Experience mit der Startnummer 502 das Lenkrad übernehmen, und dann geht sie los, die Reise für ihn. Das ist das Abenteuer grüne Hölle von Felix Baumgartner, und damit gebe ich zurück zu den Kollegen, oben in der Sprecherkabine. Danke, Patrick. Vom Himmel liegt die Hölle. Felix Baumgartner, das ist auch ein Schraubensar, aber, ey, absolut, absolut krass, absolut krass. Das Auf geht raus, das Verletzte die 19. Klasse, das ist wieder auf, und das ist natürlich ein Erfolg. Jetzt geht der Audi A8 hoch, jetzt ist der Service da für Pierre Kaffer. Felix Baumgartner wird abgeschnallt, das Auto jetzt wieder in Position, in eine Sprungrichtung geschoben, und das sieht für Felix ganz relaxed aus. Der war der Service. Neue Michelinreifen kommen dort drauf und runter. Pierre Kaffer wird angeschnallt, und Felix Baumgartner, der, lassen wir mal den Helm anstallen, aber wenn Sie glauben, der ist verschwitzt, das glaub ich mal gar nicht, der lacht wie ein Honigkuchen fährt, und der ist mit Sie sich zufrieden. Felix, die war der erste Stimpf bei diesen Ausgaben der 42. Mai als in Zürich 24 Stunden. Er lacht nur. Der war sehr, sehr spannend. Wir sind die Verkehrer draußen, aber ich bin ganz gut angekommen. Bist du mit dir selbst zufrieden? Ich bin niemals mit mir zufrieden, aber man muss sich einfach nur auf die Realität richten. Es gibt einfach hier sehr viele gute Fahrer, ich habe den Motorsport der Frau auch nicht, der hat den großen Mannes gegeben, und da bin ich sehr gemütet. Also, richtig happy, wann wir so das nächste Mal in der Nacht in den R8 einsteigen? 4 Uhr früh. Um 4 Uhr morgens. Felix, wir lassen dich verschnaufen. Guckt mal hier, wie er nacht, liebe Freunde, im Leid zieht. Er ist nicht nur ein Fallschildspringen zufrieden, auch wenn er den R8 will, und jetzt erhole ich alles Gute weiterhin. Felix Baumgartner, während der R8 momentan noch aufgetankt wird, runtergelassen, die Heder sind gewechselt. Also, in der Mannschaft mit Marco Werner, Frank Bieler, Pierre Kaffer, der Platz genommen hat, wurde ein höchst zufriedener Felix Baumgartner, der aussteigt. Es war spannend draußen, hat er gesagt, aber er ist mit sich zufrieden, und damit wollen wir ihn natürlich auch in Ruhe lassen, denn die anderen Pressenleute schatteln sich um Felix Baumgartner. Pierre Kaffer, ja, der muss noch warten, dieser Tank, und ähm... Ja, der muss noch warten, und dann wieder mit ihm aufgehen.